Musik Wir proben in einem idyllischen und inspirierenden Umfeld. Die Infrastrukturen vom Künstlerhaus Boswell sind hervorragend. Wir sind einfach verwöhnt. Was mir am meisten gefällt, ist, dass man mit anderen Jugendlichen musizieren kann. Und das ist mega toll, weil es alle das gleiche Hobby haben. Wir entwickeln recht starke Freundschaften. Ich finde es toll, dass wir viele verschiedene Stile spielen. Also immer etwas anderes, von Romantik oder Barock oder sonst. Und das ist mega schön. Musik Die Stimmung im Orchester ist sehr lustig und auch sehr lebendig und solidarisch. Die Größeren helfen den Kleineren. Ich möchte einfach glückliche Musiker erziehen. Unser Repertoire ist sehr breit. Vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik. Musik Wir beauftragen jungen Komponisten Werke, die wir dann uraufführen. Wir machen interdisziplinäre Projekte. Wir explorieren so viele Bereiche der Musik wie möglich. Musik 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 Wir proben jede Woche, haben ein Projekt pro Semester und auch ein intensives Wochenende, wo wir das Programm erarbeiten von den drei Konzerten, die wir am Schluss geben. Es ist halt lang zu proben, aber es macht wirklich sehr Spass, wir bekommen immer feines Essen und es sind wirklich alles sehr schlaue Menschen da und ja, ich habe das Orchester ganz lieb. Musik Die Lösungen für das Jugendorchester Freiamt sind vor allem die Motivation und die Lust, sich zu entwickeln, nicht die technische Leistung. Ich hole jedes Kind, wo es sich befindet. Musik Musik Das Schnellzeichen Musik 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 Vielen Dank.